Helene Fischer hat erste Gäste für ihre Weihnachtsshow verraten. Diese Stars sind dabei. Helene Fischer hat die ersten Star-Gäste verraten, die in ihrer Weihnachtsshow dieses Jahr zu sehen sein werden. Auf Instagram schrieb die Schlagersängerin kurz vor der Aufzeichnung der Sendung in Düsseldorf an ihre Fans und Follower, nur noch zweimal schlafen, ihr Lieben. Die Spannung steckt ins Unermessliche, und ich möchte euch einfach schon ein bisschen mehr verraten. Ich freue mich riesig auf euch, im Anschluss kündigte die 40-Jährige die ersten Gäste von die Helene Fischer Show an. Demnach können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Musikerinnen Aliva, Sänger und Moderator Giovanni Zarella und Popstar Alvaro Soler freuen. Letzterer erklärte bereits in den Kommentaren zu Helene Fischers Post auf Instagram, Uff das wird gut! Und auch Giovanni Zarella hinterließ mit einem Herz-Emoji ein Andiamo. Auf geht's, unter dem Beitrag! Helene Fischer selbst fügte in ihrem Post zu den drei Namen ihrer Gäste hinzu, und das ist noch lange nicht alles. Wir sehen uns am Wochenende in Düsseldorf. Ich freue mich riesig auf euch! Die Aufzeichnung zu die Helene Fischer Show findet am 6. und 7. Dezember statt, wie die Künstlerin bereits Mitte September ebenfalls bei Instagram mitteilte. TV-Highlight am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF, ausgestrahlt wird die Sendung dann wie gewohnt am 25. Dezember um 20.15 Uhr. Das ZDF, UF und SAF werden die 180-minütige Helene Fischer Show aus der Messehalle Düsseldorf präsentieren. Laut Ankündigung wird es dann wieder nationale und internationale Stargäste und ein Programm voller mitreißender Musik, energiegeladener Choreografien, überraschender Duette und atemberaubender Highlights geben. 2011 flimmerte die Helene Fischer Show zum ersten Mal über die TV-Bildschirme. Pandemiebedingt musste sie drei Jahre pausieren, bevor sie 2023 zurückkehrte.